Musik Wir machen Bergzeit. Am Dienstag werden bei der Reise durchs Erzgebirge auch drei Parks angesteuert. Stadtpark. Neues Wasserspiel als gestalterischer Höhepunkt in Lösnitz. Wielandpark. Grün und Infos Stadtstrumpfabrik in Auerbach. Fuhrpark. Oldtimer und mehr beim RVE Backstage Event in Auer. Glück auf! Wir haben Dienstag in der Woche mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Ausgewählte Veranstaltungs- und Ausflugstipps gibt es heute und morgen in der Bergzeit. Vielleicht nehmen Sie ja den Freitag nach dem Feiertag frei und haben ein langes Wochenende. Mehrere Behörden, wie zum Beispiel das Landratsamt Erzgebirge, nutzen den Brückentag und haben keinen regulären Dienstbetrieb, sondern geschlossen. Deswegen gilt, wo auch immer Sie am Freitag etwas zu erledigen haben, besser vorher nachfragen, ob auch geöffnet ist. Mit diesem Tipp kommen wir zu den Nachrichten aus dem Erzgebirge. Landrat Frank Vogel dankte am 20. Mai den Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst sowie dem Katastrophenschutz im Erzgebirgskreis für deren aufopferungsvollen ehrenamtlichen Einsatz. Anlass war eine jährliche Verleihung von Ehrenzeichen in den Stufen Bronze für den 10-Jährigen, Silber für den 25-Jährigen, Gold für den 40-Jährigen sowie Gold als Sonderstufe für den 50-Jährigen aktiven ehrenamtlichen Dienst. Aus dem Regionalbereich Auer Schwarzenberg-Stolberg erhielten im Kulturhaus lauter 60 Kameradinnen und Kameraden das Feuerwehrenzeichen. Am 4. Juni werden noch 110 Kameradinnen und Kameraden aus dem Regionalbereich Annaberg-Mittleres Erzgebirge in der Stadthalle Marienberg das Feuerwehrenzeichen überreicht bekommen. Wir werden noch ausführlich berichten. In Schwarzenberg verändert sich der derzeit bisher bekannte Anblick des Bereichs gegenüber der Stadtschule wesentlich. Nachdem der Stadtrat im März 2021 die Vergabe der Leistungen für den Neubau eines Parkhauses beschlossen hatte, gab es am 3. März 2022 den ersten Spatenstich. Jetzt steht der Termin für die Grundsteinlegung fest. Der symbolische soll am 1. Juni stattfinden. Viel in Bewegung war am vergangenen Sonnabend bei der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH in Aue. Das Unternehmen hatte zum RVE-Backstage-Event eingeladen. Und wir befinden uns hier in Aue auf unserem Verkehrshof, den wir vor zwei Jahren fertiggestellt haben. Wir wollten ursprünglich die heutige Veranstaltung damals schon machen und die Halle feierlich einleihen. Aber das ging leider damals Corona-bedingt nicht. Wir haben gedacht, machen wir das nächste Jahr. Aber letztens auch noch nicht. Aber heute funktioniert es. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute die Veranstaltung durchführen können. Dass wir zu viele Gäste haben, dass das Wetter stimmt. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr konnte jedermann hinter die Kulissen blicken. Als Veranstaltungsort dienten, wie gesagt, die 2019 in Betrieb genommene Busabstellhalle, die mit 48 Busabstellplätzen die größte der RVE ist, sowie die Außenfläche vom Verkehrshof des Standortes Aue. An der Stelle einen ganz herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten, die am Bau der Halle beteiligt waren, der Landkreis, der Freistaat Sachsen, der das mitfinanziert hat, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Planer, Baufirmen. Gleichermaßen vielen Dank an mein Team, was die Veranstaltung heute vorbereitet hat. Läuft alles perfekt. Und selbst das Wetter ist entsprechend bestellt. Wir haben viele Gäste und da freuen wir uns ganz einfach gut. So etwas kann man natürlich nicht jedes Jahr machen, aber wir sind ja ein relativ großes Unternehmen. Und zu uns gehört auch die Sächsische Dampfaisenbahngesellschaft. Und am 12., 13., 14. August, kann ich jetzt schon ankündigen, wird im Gransal eine große Fede steigen. Dort feiern wir gemeinsam mit der Erzgebirgsbahn zwei Jubiläen. Und ich würde freuen, wenn wir uns dort auch besuchen würden. Zuvor aber noch ein paar Eindrücke von der Veranstaltung am 21. Mai in Aue. In einer Oldtimer-Ausstellung präsentierten Mitarbeiter ihre Schätze. Egal ob Zweirad, Limousine, Traktor oder der firmeneigene H6B samt Anhänger. Auch Partner der RVE waren mit verschiedensten Ausstellungsständen vertreten. Der Oldtimer Icarus 250 der RVE nahm den, der wollte, mit auf Rundfahrt. 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 Musik Das RVE Backstage Das RVE Backstage unterstützt die Aktion Kinderherzen im Erzgebirge unter der Schirmherrschaft von Christine Matko. Gäste konnten sich außerdem an einem unterhaltsamen Bühnenprogramm mit Livemusik erfreuen. Musik Zu Wochenbeginn musste sich die Polizei im Erzgebirgskreis erneut mit dem Z-Symbol befassen. In Gaia hatten das Unbekannte mit weißer Lackfarbe fünfmal an einem Wassertankanhänger aufgesprüht. Der war auf einem Feld an der alten Hummersdorfer Straße abgestellt. Wie es im Polizeibericht heißt, wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie Billigung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt gestellt. Vier neue Bandgruppen für die qualitative Aufwertung von Wanderwegen in Lauter-Bernsbach und Schwarzenberg wurden noch vor dem Männertag geliefert und aufgestellt. Eine steht jetzt in Lauter an der Antonsthaler Straße am Aussichtspunkt Richtung Daniel-Christelgut, der Lauterer Heimatblick genannt wird. Die mit und ohne Dach und aus Holz gestalteten Sitzgelegenheiten wurden über das Förderprojekt der Evangelischen Erwachsenenbildung und des Landestourismusverbandes Sachsen zur Förderung von Kleininfrastruktur im Wander- und Pilgerland beschafft. Etwa 8.000 Euro wurden seitens des Freistaates Sachsen für die Realisierung der Projekte bereitgestellt. Neben den neuen Sitzgelegenheiten für Wanderer erhalten entsprechend gestaltete Informationstafeln zur besonderen Kirchengeschichte in der Region ihren Platz an den Wegen. Talheim hat einen neuen Spielplatz. Die Stadt will diesen gemeinsam mit den Talheimer Kinderbürgermeistern am Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18 Uhr feierlich eröffnen. Zu finden ist der Spielplatz am ehemaligen BBZ-Gebäude in der äußeren Heinrichstraße. Der Talheimer Verein Kleingartenanlage Volksgesundheit sorgt für Kaffee und Kuchen. Kinder können sich schminken lassen und natürlich den neuen Spielplatz erkunden. Die Preisträger im Kammweg-Literaturwettbewerb für das Jahr 2022 stehen fest. Gesucht waren Kurzgeschichten mit dem Thema »Ohne Kompass zwischen Berg und Tal«, wobei das Thema durchaus metaphorisch aufgefasst und umgesetzt werden sollte. Trotz allem rief die Thematik so einige Reiseberichte auf den Plan, nicht zuletzt diverse Kammwegbegehungen. Zu dieser Art Geschichte gehört die Kurzgeschichte von Katharina Kapps nicht. Sie zählt Erlebnisspuren der Protagonisten auf. Diese Entgramme sind eine Art Anker, die im Gedächtnis zusammenhalten, was wir sind. Splitter mit Auszügen aus Kindheit, Jugend und dem heutigen Leben summieren Erinnerungen, die sich puzzletleicht zusammensetzen. Katharina Kapps wurde der Hauptpreis unter den Förderpreisen zugesprochen. Geboren in Erlauerbrunn lebt sie heute in Berlin. Einer der beiden Förderpreise geht an Bettina Hase aus Leipzig, die sich mit der Erzgebirgsregion seit ihren Kindertagen an nachweislich verbunden fühlt und so zur Beteiligung beim Kammweg-Wettbewerb animiert wurde. Den zweiten Förderpreis erhält Siegfried Strassner. Dessen familiäre Wurzeln finden sich im Erzgebirge in der heutigen Stadt Hai. Früher Stolzenhain wurde seine Mutter Maria Strassner geboren. Heute lebt Siegfried Strassner in Nürnberg. Entspanntes Parkflair mit Live-Musik und mehr steht in Stolberg bevor. An den Wochenenden vom 26. Mai bis 5. Juni veranstaltet die Stadt unter dem grünen Blätterdach des Marienparks die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe Park Rendezvous. Von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten werden von Donnerstag bis Samstag bzw. von Freitag bis Sonntag verschiedene Gastronomen bei dezenter Hintergrundmusik mit leckeren Speisen und Getränken aufwarten. Highlight wird hierbei wieder eine urige Almhütte sein, die mit rustikalen Sitzplätzen zum Verweilen einlädt. In Schneeberg wird kommenden Sonnabend etwas für Kinder geboten. Sportlich geht es beim 21. Radrennen Gipfelstürmer zu, wenn viele kleine Radfahrer um die beste Platzierung kämpfen. Hier Bilder aus dem Jahr 2019, bevor die Veranstaltung zwei Jahre pandemiebedingt pausieren musste. Der Start ist für 10 Uhr am Greifberg-Ecke Ringstraße vorgesehen. Bei der Fahrt hinauf zum Kirchplatz gibt es für die Erstplatzierten attraktive Preise zu gewinnen. Zudem wird unter allen Teilnehmern ein Mountainbike verlost. Meldeschluss ist der 25. Mai. Die Anmeldung erfolgt mit der Einverständniserklärung der Eltern. Die Siegerehrung gibt es 13 Uhr beim 24. Jahrmarkt der Kinder Halligalli. Das ist ein Kinderevent der Stadt Schneeberg und des Sportstudios Fit Up. In der beschaulichen Werkstatt von Jürgen Melzer bekommt Holz oft ein neues Aussehen. Scheinbar Ausgedientes wird durch den kreativen Auerbacher zu etwas ganz Besonderem und Einzigartigem. Oft verbirgt sich hinter seinen Arbeiten eine Botschaft. Jüngst war es, wir hatten berichtet, die Erinnerung an das Hotel Auerbach, da es das nicht mehr gibt. Schauen wir, was aus dem Erinnerungsbogen geworden ist. Wir tun das mit einem Blick auf eine neue Grünanlage im erzgebirgischen Auerbach. Auf diesem Gelände im erzgebirgischen Auerbach war einst die Strumpffabrik von Friedrich Wilhelm Wieland zu finden. Nachdem das Gebäude viele Jahre leer gestanden hatte, wurde es im Jahr 2010 von der Gemeinde Auerbach käuflich erworben. Da der Zustand der alten Strumpffabrik sehr bedauerlich war, entschloss man sich letztendlich für den Abriss. Es blieb die Frage, was machen mit diesem Areal im Zentrum von Auerbach? Die Gemeinde entschloss sich zu einer Grünanlage mit parkähnlichem Charakter. Wie sollte der neu gestaltete Platz dann genannt werden? Dazu rief die Gemeindeverwaltung alle Bürger auf, bei der Namensfindung behilflich zu sein. Zahlreiche Vorschläge gingen ein. Durchgesetzt hat sich am Ende der Namensgeber der Strumpffabrik, Friedrich Wilhelm Wieland. Wer sich nun hier auf den Bänken ausruhen möchte, kann auch noch einiges über die Tradition der Strumpfherstellung Esther in Erfahrung bringen. Aber auch Jürgen Melzer konnte hier seinen Erinnerungsbogen, der aus den oberen Bogen einer einstigen Eingangstür stammt, mit aufstellen. Und nach zahlreichen Arbeitsstunden und einigen finanziellen Aufwendungen ist aus dem Oberlicht der Eingangstür vom Hotel Auerbach ein echter Hingucker mit Bebilderung geworden. Also die Bilder stammen zum größten Teil von der Familie Marschner, die eine Eisdiele in Chemnitz betreibt. Die sind sozusagen die Nachfolger von der Familie Schütz. Oder die Nachfahren vielmehr, ja. Und da stammen ganz viele Bilder von denen und hier von Fotoflora und aus Büchern und von Postkarten habe ich die Bilder dann bekommen. Ja, und den ganzen, diese Tafel, die hat die Firma Metzler gemacht und die hat nur die Materialkosten berechnet. Die haben nicht für die Gemeinde, haben die das umsonst gemacht, also die Arbeitszeit. Der Aufwand hat sich gelohnt. Jürgen Melzers Erinnerung an das Hotel Auerbach wird nun viele Besucher der Grünanlage begeistern. Denn Jürgen hat viele technische Raffinessen mit eingebaut. So ist es möglich, einen kleinen Film zu schauen oder die Musikbox zum Erklingen zu bringen. Denn Bewirtung und Tanz waren im Hotel Auerbach an der Tagesordnung. Bewirtung und Tanz nehme ich mal als Stichwort. Ich hatte Freizeittipps angekündigt. Hier ist noch einer. Pünktlich zur Himmelfahrt, dem Feiertag, der sich mehr und mehr zum Familientag etabliert, startet in Annaberg-Buchholz das Freibad am Stangewald in die Saison 2022. Laut Stadtwerke Annaberg-Buchholz locken hier Wassertemperaturen von 20 Grad die Gäste zum spritzigen Vergnügen. Die Riesenrutsche ist generalüberholt. Der Eintritt für Kinder kostet 2,50 Euro am Tag sowie 4 Euro für Erwachsene. Spritzig wird es jetzt auch in der Bergzeit. Bernd Puttwill bringt Ihnen den neuen Springbrunnen im Lössnitzer Stadtpark etwas näher. Ein Wasserspiel im Erzen von Lösnitz. Der Springbrunnen ist ein Bestandteil der historischen Parkanlage aus dem Jahr 1936. Seit dem Frühjahr 2022 sprudelt er in neuer Pracht. Der Springbrunnen liegt im Zentrum des Lössnitzer Stadtparks in der Hauptachse. Dadurch stellt das Wasserspiel einen gestalterischen Höhepunkt sowie eine Belebung dieses Parkabschnitts dar. Im Zuge von Sanierungsarbeiten im Gesamtbereich des Gartendenkmals wurde die Entscheidung getroffen, den Brunnen am vorhandenen Ort umzubauen. Man entschied sich für ein offenes, im Vergleich zu vorher verkleinertes Wasserbecken, das jetzt einen Durchmesser von 6 Metern mit einer Mittelfontäne von 3 Metern Höhe hat. Das Becken besteht aus wasserundurchlässigem Beton und verschwindet weit wie in dem Herdreich. Der neue Beckenrand ist deutlich umgrenzt und besitzt eine niedrige steinerne Einfassung. Der Brunnenrand wurde ca. 35 cm hoch ausgeführt und erhielt ein einfaches, klassisches Randprofil aus Sandstein. Er besteht aus 12 gleichgroßen Sandstein-Segmenten mit ca. 1,80 Meter Außenlänge und kommt mit Wasser nicht direkt in Berührung. Der Brunnenrand wurde ca. 1,80 Meter Außenlänge und kommt mit Wasser nicht direkt in Berührung. Die 100. Ausgabe unserer werktäglichen Sendung im Jahr 2022 auch so gut wie zu Ende. Angefangen noch mit dem Vorgängerformat ErzTV Kompakt ging es über die Auslese zum Bergzeitstart am 1. Februar. Wenn Ihnen das eben Gesehene gefallen hat, haben Sie am Mittwoch einen Grund wieder einzuschalten. Wegen des Feiertags am Donnerstag ist die Mittwochbergzeit diesmal bis Freitag 18 Uhr im Programm. Sie haben sicher Verständnis, dass unser kleines Team auch mal eine Auszeit braucht. Glück auf! Guten Tag und ein herzliches Glück auf, liebe Bürgerinnen und Bürger des Erzgebirgskreises. Ich bin Prof. Dr. Volker Weber und am 12. Juni können Sie mich als Ihren neuen Landrat wählen. Die Erhaltung und Entwicklung unserer traditionsreichen, vielfältigen und lebenswerten Erzgebirgsregionen bedeuten mir sehr viel. Deshalb bin ich seit 23 Jahren hier kommunalpolitisch aktiv. Als Teil einer Bürgerinitiative und der Freien Wähler. Ich kenne Volker Weber seit 2014, seit wir gemeinsam in der Erzgebirgssparkkasse im Verwaltungsrat tätig sind. Dort bringt er seine Erkenntnisse und sein Sachverstand bestens ein. Und ich schätze ihn für seine Art, alle Dinge zu hinterfragen, ohne in die Tiefe zu gehen, bevor er Entscheidungen trifft. Mit diesen Erfahrungen und meinem Wissen möchte ich zukünftig gern allen Menschen, Unternehmen und Kommunen im gesamten Erzgebirgskreis dienen. Als Landrat will ich als treuer Sachwalter eines Gemeinwesens fungieren, wo sich keiner ausgegrenzt und keiner abgehängt fühlt. Wo sich jeder einbringen kann. Wo Diskussionen und Entscheidungen und Einigungen übergreifend möglich sind. Als ehemalige Studentin von Prof. Dr. Weber weiß ich, dass er kein reiner Theoretiker ist, sondern vor allem Wert darauf legt, dass wir jungen Leute Dinge hinterfragen und auch kritisch denken. Und ich vertraue ihm, dass er für uns ein noch attraktiveres Erzgebirge schaffen wird. Also ich unterstütze Volker Weber, weil ich ihn seit 20 Jahren kenne und seine konstruktive Kritik stets gebaut mit Lösungsansätzen schätze. Er ist ein Typ, der nicht nur redet, sondern im Sinne der Allgemeinheit anpackt. Lassen Sie uns mit Freude und Zuversicht gemeinsam unseren Erzgebirgskreis weitergestalten. Gemeinsam zum Wir. Für diese Aufgabe bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme zur Landratswahl am 12. Juni. Das war eine Wahlwerbesendung zur Wahl des Landrates im Erzgebirgskreis. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für Inhalt und Gestaltung sind die jeweiligen Parteien, Vereinigungen oder Einzelpersonen verantwortlich. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.